Musik Könnt ihr dieses Chaos beseitigen, da ich nicht wirklich nur was darüber tun kann? Ja, ist halt nervig, wenn man ein Gehirn in einem Glas isst. Jede Menge Stuff, aber wahrscheinlich nicht das, was man mal gerade braucht. Das eine, was man dann braucht, fehlt wahrscheinlich am Ende wieder. Aber 4000 Dings, das war doch mal perfekt. Oh, was können wir hier machen? Hm, jetzt können wir craften, aber das war's, ne? Da können wir noch nicht wirklich was machen. Wir brauchen mal ein paar Sachen halt, ne? Ja, sonst halt ein Counter wäre einfach ziemlich gut. Also ich glaube, das holen wir mal. Für alle. Was haben wir jetzt für Schuhe? Das sind die hier. Boah, die hat 42% Counter. Warum nicht? Warum nicht? Was zur Hölle bist du? Warte, was? Aber wir kämpfen gegen unseren alten Chef, oder wie? Und machen daraus ne Power Rangers Folge. Für die Horde. Okay, das hier müssen wir jetzt einfach machen. Das hat ein Mecha-Fight und einen Gaststar. glaube ich, das ist es. Das ist Horde. Das ist Horde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich frage mich jetzt Kann der, ja der kann Teamwork Wie ist denn das, wenn ich jetzt Mach ich eigentlich einen sechsfachen Finisher machen? Weil das wäre Ziemlich OP, glaube ich So Ich stehe auch nicht unter Zeitdruck Oder so Abgesehen davon, dass ich über eine Stunde zu spät Mit dem Stream angefangen habe und Ja Ja, heil dich Du hast ja nur volle HP oder so Verschwende mal dein Mana Ich will, dass der Chip hier rüberkommt Ja 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 Nein Ach, was machst du? Ja Außer Doch, das kann ich schaffen Pass auf Ich bin wahrscheinlich irgendwann nochmal raus Wie das abläuft, wenn man Sechs Leute hat Spätestens wenn wir einen sechsten Ranger kriegen Ich hoffe nur, dass das jetzt den auch killt Ah Ah Ah, mein Healer ist down Nee, das hat nicht geklappt Ich hätte ihn schwächen müssen Ja 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 Das bin ich nicht nah genug Und ich kann Das wahrscheinlich auch nicht Nee Ach, der kann kein Teamwork mehr machen jetzt Dann machen wir das jetzt so Wenigstens eins haben wir ihn bekommen Oh, das war nicht eine finale Form Wer war der Typ jetzt? Das war nicht so Ich glaube, das muss ich unterbrechen. Das sind Dreikampfhasen, ne? Ich muss ihn auf. Wird das vom Schadensbonus hier beeinflusst? Perfekt! Dieser Unterschied auch. Ja, sieht so aus. Ja, sieht so aus. So, das ist jetzt abgelaufen. Ja, sieht so aus. Hm, was antworte ich? Wow, wir bekommen einfach mal free stuff. So, wer kriegt jetzt die Venuspanzerung? Was kann die? Zeigst du mir mal das Inventar? Venusrüstung. Ja, ist das hier. Und? Okay, kriegst du. Wir brauchen mal ein paar Sachen für mehr Damage. Und ich glaube, das hier lohnt sich. T-Shirts verkaufen. T-Shirts verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, was sich auf lange Sicht mehr lohnt. Ich mach das jetzt einfach mal. Helm, aber die sind auch... Ja, Mann. Der ist so teuer. Wer hat denn mal nicht so viel HP? Dann kriegen die zwei das. Das Studio, was kann das? Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Äh, der Mecker. Dann können wir das ja mal craften. Für die Harder. Für die Harder. Und dann? Das ist so ein paar Dinge. Ja, mach. Ich hab' die Harder. Der Mecker. So ist das ja nicht an, was ich? Ich hab' die Harder. Die Harder gobert. Man kann das also nicht nachdenken. Die Harder können das nicht an. Das ist ja nicht so. Ja, das ist schon mal. Die Harder hat das nicht mehr wie ich sicher oder? Das ist in Ordnung. Sind wir jetzt bei The Walking Dead? Was ist denn hier los? Eine Zombie-Folge? Mögen Leute immer noch Zombies? Frage ich mich auch. Die Zombie-Kostüme waren runtergesetzt. Ja, okay. Erklärt einiges. Was macht der Typ? Was filmen die da drüben eigentlich? Hey, hier drüben ist die Action. Wir müssen gucken, dass die mal ein bisschen zusammenkommen. So, was machen wir? Pass auf. Zusammen sind wir unbesiegbar. Wir kommen ja zusammen. Wir brauchen noch nichts großzumachen. Ja, ja. Kommt alle nah ran. Kommt alle nah ran. Bitte. Oh, perfekt. Wobei das jetzt wahrscheinlich nicht so gut ist, weil ich noch nicht die Warframes habe. Fuck. Sonst wäre das jetzt so perfekt. Außer. Außer wir machen ein bisschen Teamarbeit. Wer wäre es noch da? Ja. Also dies... Also ausweichen und kontern ist ziemlich okay. Okay. Okay.